So Leute, wir sind wieder da. Ja, und mit der Erkenntnis, dass der Baum die Mutter von Ziegen war, machen wir weiter. Genau. Denn wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zersören. Mana wird immer schwächer. Nun werde ich die Energie der Mana-Samen auf dein Schwert projizieren. Wie freundlich. Das ist eine nette Mama. Schwert erreicht Maximum. So was liebt man gern, oder? Ja, wenn ich die vorher mal besucht bin. Besser wär das. Seaken. Ich war wohl keine gute Mutter für dich. Mama! Bist du es wirklich? Bitte. Punkt, 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 Punkt. Mama! Sprich doch mit mir. Mama! Mama! Bitte! Ja, die Geschichte wird traurig. Sie... Meine... Mutter... Oh, Mann. Quatsch. Vergiss diesen Baum. Wir müssen weiter. Oh, wie ich solche Situationen hasse. Ach, wie mitgefühlig. Gibt's das Wort? Okay, mitgefühlig. Mitfühlend. Ja, meinte ich doch. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, das haben wir uns auch gesagt bei... Äh, ja, diesem Spiel hier. Hat auch das muss man Ende nehmen. Leere Textbox. Ich darf mein Vater, meine Mutter, nicht enttäuschen. So gefällst du mir, alte Socke. Stimmt. Wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre. Also wirklich. Gehen wir jetzt endlich? Klar gehen wir. Ja. Auf in den Kamen. Wie synchron. So, wir gehen jetzt den Baum noch mal ein bisschen weiter absäbeln. Ja. Ja. Die Mama. Mama. Die kam ich nie besuchen. Guck mal, war von 8 von 8. Das heißt, wir können es noch aufladen. Und du hast... Wo ist eigentlich hier die Lanze? Da. Leck, leck, leck. Hallo? Hörst du mal auf zu lecken? Aha. Ja. Ja, okay. Okay, ihr dürft jetzt onscreen diesmal dabei sein, wie wir... Ähm. Ich muss doch gegen den Baum pinkeln. Übrigens. Da kannst du übrigens auch... So weißt du übrigens auch, wo mein Baum hinten ist. Nee. Ja, aber du hast schon mal vor dem Baum gepisst. Du sagst doch jedes Mal, ich gehe hinter dem Baum. Ich habe schon vor dem Baum gekackt, quasi. Bah, du bist so ein abartiger Typ, ey. Ohne Witz. Du bist so abartig. Du kriegst echt jedes Mal, egal bei welchem Spiel, egal bei welchem Kommentar, das Niveau auf den Tiefpunkt. Wie Niveau? Ja. Nein, Niveau ist keine Hautcreme. Hm. Wieso haben wir eigentlich Lebenswasser gebraucht? Ah, guck mal, nur eins haben wir gebraucht. Cool. Nein, noch etwas nicht mehr. Noch etwas... Noch etwas nicht mehr? Ja. Okay. Noch mehr nicht mehr, quasi. So, und wir fliegen los. Wir fliegen unseren letzten Zielpunkt an. Und wir werden jetzt natürlich ein bisschen was machen. Ne? Das Anfliegen und so. Aber... In der Mana-Festung selbst gibt es die letzten Waffenorbs. Ja, da ist die Mana-Festung. Wir landen. Und die werden wir natürlich auf Screen versuchen zu farmen, zu sammeln. Luft die nochmal aus der Nahaufnahme. Und wir sind auf der Mana-Festung. Yay! So, komm. Hier gibt's Enten. Wir machen zwei Enten. Und ich hab einfach mal daneben. Ja, so muss das sein hier. Schwert erreicht Maximum. Ich schieb hier zusammen und dann... Typ, was machst du da? Ah, du bist... Ich will hier erschrecken. Ja. Ach, ich häng da fest. Ja? Ja, kann ich nicht wissen, dass ich an blauen blinkenden Punkten festhängen kann. Oh, oder oben waren. Nein, ja. Achtung! Ah! Oh nein, nicht die schon wieder kommen will. Lass die in Ruhe. Boah, Moment. Die kriegen einen Blitzschlag ab. Okay, mach kaputt. Mal versuchen. Nochmal. Ups, cool. Eins. Haha. Habt ihr das jetzt gesehen? Ich lass mich für den Blitz treffen. Oh, Zauberschild. Klasse. Schön daneben gehauen. Jawoll. Warum ich leicht? Ja, fahr ich mich hier... Ah, oh. Satans Wimpern. Oder Voodoo? Ja, das sind... Satans Wimpern. Die sind zwar... Eigentlich... Oh, relativ dämlich. Ha! Oh, du musst heilen. Ja. Und wir werden natürlich auch weiterleveln hier. Weil... Weil... Wir... Keine Lust haben, beim Mana-Drachen zu verkacken. Das wäre voll uncool. Und deshalb leveln wir noch. Ey, wie viel halten die denn hier bitte aus? Naja, die beiden sind weg. Komm, lass den näher kommen. So. Und der hat schon wieder... Jetzt macht's... Ah, cool. Koboldin. So gefällt die Koboldin mir. Sag mal, wie viel hält der aus? Trefft ihn auch gar nicht. Ja, der ist auch irgendwie... Macht ja große Augen. So. Komm. Und Leute... Die... Einer der schönsten Musikstücke... In der gesamten... Snaz-Geschichte... Die Musik der Mana-Festung. Halt ihn mal auf, halt ihn mal auf. Lichtklingel. Ja. Hau mal, hau mal, hau die mal. Ja, okay. Das wollte ich wissen. Warte. Pff. Ha. Ja. Ja, ähm... Moment. Ich hab gerade draußen gesaved. Die hatte ich ein wenig schwächer im Hinterkopf. Sind die wahrscheinlich im Normalfall auch. Mhm. Du hast dich nur nicht von ihren Klingen erwischen lassen. Die die jetzt gleich machen. Achtung, aufpassen. Ja, siehst du so... Die halten aber auch nicht so viel aus jetzt. Rose, 64. Cool. Achtung, Koopas. Ähm, ja. Die sind um einiges... Und da oben... Achtung, au... Wieso läufst du gegen den? Ja? Ach ich? Ich hab die ganze Zeit auf die Kobolding. Warum machst du da sowas? Weil ich blöd bin. Nein, jetzt hör mal auf, sich jedes Mal selber down zu machen. Dann hab ich nichts mehr. Dann hab ich nichts mehr, was ich machen kann. Bist du blöd. So. Naja, solange das so weitergeht... Ach, schön. Ja, wir müssen... Nein, mach den doch nicht an, da oben. Warte. Hab ich den nicht? Ja, noch nicht. Ich kenn dich aber. Ich also, warum mach eh die Leute an? So, jetzt kannst du den gleich mal aktivieren gehen, da oben. Ja, und. Ja. Toll, wieso lade ich meine Waffe auf? Damit ich den kaputt machen kann. Das ist naheliegend. Ja, und... Jetzt will ich blöd fragen. Ja, Leute, und hier werden wir natürlich auch nachher aufs Green leveln gehen. Also, ich weiß, wenn ich sage wir, dann meine ich, er lässt mich wieder machen. Ja klar, aber auch nicht. Was wärst du... Hallo? Was machst du? Ich bin irgendwie rübergeglaubt. Ah, man kann da langlaufen. Och! Ohne mich besser wäre quasi arbeitslos. Was ist... Ja, da ist, äh... Das ist der Tod. Quasi... Ach, du Scheiße, ey. Guck dir das mal an. Ähm... Ja, du sagst es. Danke fürs Zugucken. So blöd. Ja. Achtung, 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 komm mit dem Klatscher weg. Du lässt... Du machst... So, auf jeden Fall dieser Klatscher da oben. Der... Leckt. Nein, der gibt normalerweise auch einen Orb. Komm, das reicht, das reicht. Mach. Ja, cool. Hm, so viel zu, das reicht. Ja. Ja, das ist ja nicht wieder... Ja, jetzt hat es gereicht, ne? Hm. So. Und die Musik ist so hammer schön. So, mal Safe State machen hier. Mal Dings hier. Besser ist das. Komm. Achtung. Ja, nur die... Ich mach schon wieder den gleichen Fehler. Ja. Ja, ziemlich... Wo ist die alte? Ja, ich dachte... Mann, Alter, heil mal bitte schnell. Ja. Boah, ey. Aber egal. Wir werden hier 11 gehen, deshalb... ...möchte ich auch noch gar nicht zu weit in dieser Festung hervordringen. So, der ist tot. Und du auch gleich. Ich bin tot. Wo ist die Koboldin? Manchmal ist die Koboldin so richtig... Ja, kommt hör was für Uwe. ...machmal ist die Koboldin richtig hilfreich. Ach du, da unten ist noch ein Ninja. Genau. Och, ne Lavawelle. Level. Wie viel? Acht? Ich hab nicht geguckt. Mhm. Cool. Du hättest die Kurwelle mithalten sollen. Ja, ich hab jetzt die auch tot. Das ist jetzt zu spät zum Heilen. Mhm. Oh, Glutgranate. Moment. Och, ey. Glutgranate. Halt das Maul. So, komm. Leute, wir machen mal ganz kurz einen Schnitt. Wir sind gleich wieder da. Gleich.